Hallo, Herr Schubert. Na, alles klar bei Ihnen? Nee, nicht wirklich. Was ist mit meinen Eltern? Dann kommen Sie ja. Ich konnte jetzt leider nur Ihre Mutter erreichen und die wusste noch nicht, ob sie es rechtzeitig schafft. Das ist mal wieder so typisch. Alles andere ist mal wieder wichtiger. Ob ihr für ein paar Jahre in den Knast gehen, interessiert ja niemanden. Das tut mir jetzt leid. Hallo Till. Ach, geht doch. Wie geht es? Bist du okay? Ich sitze hier, weil ich jemanden aus dem Gewissen haben soll. Wie soll es mir gehen? Mach dir keine Sorgen. Es wird bestimmt alles wieder gut. Du hast diesen Jonas doch nichts getan, oder? Mama, echt. Die Verhandlung geht gleich los. Wir reden uns nachher. Till Schubert, geboren 25. März 1989 in Detbold, wohnhaft in Bochum, ledig Gymnasiast. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Bochum vom 3. September 2009 wurde durch Beschluss vom 11. September außer Vollzug gesetzt gegen Auflagen. Der Angeklagte ließ seit Monaten keine Gelegenheit aus, seinen Klassenkameraden Jonas Hertkorn zu demütigen. Deswegen konnte er es kaum ertragen, dass er selbst am Vormittag des 2. September 2019 gespött der Klasse wurde, als eine Lehrerin ihm ausgerechnet Jonas als gutes Beispiel nannte. Um sich dafür an diesen zu rächen, suchte er gegen 14.15 Uhr des selben Tages ein leer stehendes Fabrikgelände in Bochum auf, von dem er wusste, dass sich Jonas manchmal dahin zurückzog. Als der Angeklagte dort auf Jonas traf, fügte er ihm zunächst mit einem Butterfly-Messer mit einer 12 cm langen Klinge eine tiefe Stichverletzung am linken Oberarm zu. Vor der Panik flüchtete Jonas auf das Dach des Gebäudes, wo er sich völlig verzweifelt bis an die Dachkante zurückzog. Der unter extremer Höhenangst leidende Junge verlor den Halt und stürzte 12 Meter in die Tiefe. Er erlitt eine Fraktur des 1. und 2. Halswirbels und war auf der Stelle tot. Dies hätte der Angeklagte vorhersehen und vermeiden können. Der Angeklagte wird somit der Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit unerlaubtem Führen eines verbotenen Gegenstandes beschuldigt. Strafbar gemäß Paragraphen 223.1. Als Nebenklägerin wurde die Mutter des Getöteten, Frau Claudia Hartkorn zugelassen. Sie sollen ja auch noch als Zeugin aussagen, Sie haben aber trotzdem als Nebenklägerin das Recht, von Anfang anwesend zu sein, wenn Sie das möchten. Und Sie können auch jederzeit Fragen stellen. Also, Herr Schubert, wollen Sie sich äußern zu der Anklage? Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was diese ganze Terz hier soll, Mann. Also jetzt passen Sie mal auf, Herr Schubert, Sie sind hier im Gericht. Und da gilt eine andere Ansprache als Mann. Ist Ihnen das klar? Ja, Mann. Herr Richter. So, und wenn Sie sich jetzt noch ein bisschen ordentlich hinsetzen würden, dann kämen wir vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner. Also nochmal, wollen Sie sich jetzt äußern? Ja, dass ich doch hier sitze, das ist doch nur, weil ich immer der böse Bube bin. Dass der vom Dach gefallen ist, was kann ich dafür? Wie war das Verhältnis zwischen Ihnen und Jonas? Das Verhältnis? Jonas ging mit mir in einer Klasse seit dem letzten Schuljahr, weil ich da wiederholen musste. Ja, und mehr war da nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, was das alles hier soll. Sie wissen jetzt genau, was das hier soll. Wie war das mit Ihnen beiden in der Schule? Mit Jonas und Ihnen? Wer rechnet, wenn er sowas tut? Aber Entschuldigung, offenkundig hatten ja Sie den Fehler begangen, oder? Wenn Sie auf dem Klo geraucht haben. Abgesehen davon, egal, wer da erstmal Schuld war. Ein Grund, eine Rechtfertigung für solche Demütigungen ist es auf keinen Fall. Also auf diese Belehrung habe ich überhaupt keinen Bock. Das ist mir völlig egal, worauf Sie Bock haben, ja? Das werden Sie sich schon anhören müssen, ja? Ich habe doch nichts Schlimmes getan. Und warum ist immer Jonas immer nach Hause gekommen und hat geweint? Was ringt Sie sich denn so auf? Hey, du hast ihn ständig schikaniert. Ich habe Jonas nie was angetan und wenn er das behauptet, dann hat er gelogen. So, jetzt berügen sich beide bitte mal. Es gibt ja auch noch andere Zeugen, die behaupten, ja, dass Sie ihm immer zugesetzt haben. Ja, aber es stimmt nicht. Ich meine, okay, ich bin verbal ein bisschen direkter, ja? Und vielleicht schätzen mich deswegen die Leute falsch ein. Dann sagen Sie mal, wie kommt es denn dann, dass die Polizei bei Ihnen dieses Butterfly-Messer gefunden hat? Das ist verboten, das wissen Sie. Ja, okay, das Messer gehört mir, aber woher soll ich wissen, dass das verboten ist? Sie wussten es ganz genau. Und auf dem Messer, man kann es doch die Tüte nicht so erkennen, da ist Blut gefunden worden und zwar Blut von Jonas Hartkorn. Können Sie das mal sagen, wie es da hinkam? Ich wollte es halt mal ausprobieren nach der Schule, als Jonas nach Hause gehen wollte. Ja, und dann ist er mir im Park praktisch in Jame gelaufen, so gegen halb zwei, zwei. Ja, und irgendwie musste ich ihn dann wohl am Oberabend getroffen haben und... Ja, klar. Irgendwie so getroffen, so ganz aus Versehen, hm? Ja. So eine Wunde. Ja, das war doch keine Absicht, bitte Sie. Auf jeden Fall können wir mal festhalten, dass das Ganze schon eine Stunde vor Jonas Tod passiert ist. Und passiert ist das Ganze im Park und nicht auf dem Dach der Fabrik. Genau. Ja, ein toller Ausrede, um das Blut am Messer zu erklären. Ich kann überhaupt nicht fassen, was ich da höre, Till. Mama, was soll das? Mischst du dich nicht auch noch hier ein? Also Sie sind offensichtlich die Mutter des Angeklagten. Ja. Ist ja klar, dass sie das Ganze aufwühlt, aber jetzt unterhalte ich mich mit Ihrem Sohn und Sie haben da nicht... Sie sind Zuschauer. Und da sollten Sie nicht dazwischen reden, bitte. Entschuldigung, aber ich kann überhaupt nicht fassen, wie das alles passiert sein kann. Ich mache mir so große Sorgen, wie das mit dem Butterfly-Messer passiert sein konnte. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er sowas besitzt und dass ich davon nichts mitbekommen habe. Mama, du kriegst vieles nicht mit, ja? Und das ist auch gut so. Ja, ich würde mal einiges gerne mitkriegen. Wie kam es denn dazu, dass Sie ein Butterfly-Messer haben und dass Sie dem Jonas Hartkorn damit ein bisschen Angst einjagen wollten? So halt. Das war nicht so halt. Ist ja was Konkretes vorgefallen. Ist ja was Konkretes vorgefallen, Herr Schubert. In der Mathe-Studie ihre Lehrerin, die Eva Vogt, die hat sich ja vorgeführt. Vor allen Schülern hat sie sie vorgeführt, sie lächerlich gemacht, indem sie einen Vergleich zu Jonas aufgebaut hatte, bei dem Sie ganz schlecht abgeschnitten haben. Dann wurden sie ausgelacht, von ihren Mitschülern ausgelacht. Das hat sie geärgert, deswegen haben sie sich rächen wollen und haben sich dann gerecht an Jonas. Hören Sie, das war mir sowas von egal, was da passiert ist. Das war ja nicht egal. Warum haben Sie ihn dann gedroht? Warum haben Sie ihn dann gedroht, dass Sie ihn fertig machen? Sagen Sie mir das. Ich hab doch nichts getan. Das glaub ich schon. Das ist aber Ihr Problem. Das könnte aber ganz schnell zu Ihrem Problem werden, wenn Sie nicht am Ende herausstellen, dass Sie Jonas in den Tod getrieben haben. Hören Sie, ich hab dem Jonas nichts getan. Ich war an dem Tag nicht mal in dieser verdammten Fabrik und der Rest interessiert mich nicht. Oh, wissen Sie was, mir ist wurscht, was Sie interessiert. Mir ist das völlig wurscht. Sie hören mir weiter zu. Ich erzähl Ihnen gerne den Rest der Geschichte. Hier, das Fabrikgelände. Da haben Sie sich rumgetrieben, zur Tatzeit. Warum? Weil Sie dort Jonas abpassen wollte. Sie wollten ihn abpassen, um ihn dann dort eins auswischen zu können, um ihn fertig machen zu können. Dann haben Sie ihn da angetroffen. Was haben Sie gemacht? Sie haben Ihr Butterflymesser genommen. Ihr Butterflymesser haben zugestochen. Hier haben wir die Verletzung, die Sie ihm zugefügt haben mit dem Butterflymesser. Dass es dort passiert ist, vor Ort, das sehen wir schön an den Blutspuren. Blutspuren am Tatort, frische Blutspuren. Ja? Er hat Angst bekommen. Dann hat er Jonas Angst bekommen. Ganz klar Angst bekommen. Warum? Weil sie ihn vorher schon gedroht haben. Weil sie ihn attackiert haben mit dem Messer und dann ist er geflüchtet. Geflohen auf das Dach. Auf das Dach von diesem Fabrikgelände, von diesem Fabrikgebäude. Und dort ist er dann zu der Dachkante gegangen und ist dort ausgerutscht. Er ist dort ausgerutscht und zur Fall gekommen. Das sehen wir hier. Er ist ganz tragisch tot gekommen. Ihretwegen, Herr Schubert. Ihretwegen. Nein, ich kann doch überhaupt nichts dafür, dass Jonas tot ist. Und überhaupt. Was denn überhaupt? Alles in Ordnung mit Ihnen? Hören Sie, ich möchte nichts mehr zu dieser ganzen Angelegenheit sagen. Okay, das ist alles. Das ist Ihr gutes Recht. Moment, Moment. Hier gibt es Regeln. Sie stehen hier nicht einfach auf, wenn Sie wollen. Wenn ich aber nichts mehr sagen will. Herr Vorsitzender, ich bitte um Nachsicht. Aber die ganze Situation ist für meinen Mandanten äußerst schwierig. Und da hat er sich manchmal nicht im Christen... Setzen Sie sich nochmal da hin, bis ich Ihnen sage, Sie können aufstehen. Ist das klar? Herr Vorsitzender, Entschuldigung, dass ich mich hier einmische. Ich weiß zwar, dass ich noch nicht dran bin. Aber ich glaube, ich weiß, wieso Till gerade so auf seine Mutter reagiert hat. Vielleicht könnten wir in diesem Fall mal eine Ausnahme machen und den Bericht von Frau Achenbach vorziehen, damit wir unser Bild von den persönlichen Verhältnissen meines Mandanten machen können. Ja, können wir gerne machen. Ausnahmsweise. Können wir gerne machen. Dann dürfen Sie sich jetzt zu Ihren Verteidiger entsetzen. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Bitte, Frau Achenbach. Soweit ich aus meinen Gesprächen mit der Familie herausfinden konnte, haben weder Tills Mutter noch sein Vater den Unfalltod von Tills älterer Schwester Jenny vor drei Jahren auch nur ansatzweise überwunden. In der Familie herrscht Verdrängung und die Eltern haben sich geradezu in die Arbeit gestürzt. Sie haben Till mit seiner Trauer und mit seinen Problemen völlig alleine gelassen. Seine Aggressionen sind ein Ruf nach Hilfe und Aufmerksamkeit. Da seine Mutter nun einmal hier gleich gegangen ist und sein Vater nun auch nicht einmal hier ist, ist erneut ein Schlag für Till, mit dem er wiederum mit aggressiven Verhalten reagiert. Hören Sie, äh, von was für Aggression reden Sie da? Ich habe keine Aggression. Ach. Das ist doch alles nur so ein blödes Psycho-Gefase. Jetzt reisen Sie sich doch bitte mal ein bisschen zusammen. Jürgen, ich bin's. Hör mal, wo steckst du? Ja, ich weiß, aber das ist ja jetzt wohl nicht so wichtig. Du kannst ihn nicht ewig ignorieren. Du hast es versprochen. Dein Sohn sitzt jetzt im Gericht, weil er einen Jungen umgebracht haben soll. Till, geht es schlecht. Und wir? Wir sind ja auch irgendwie daran schuld. So kann das nicht ewig weitergehen. Verstehst du, Jürgen? Ich mache mir große Sorgen um Till. Komm jetzt. Ja. Gut, Frau Hertkont, dann kommen Sie doch jetzt bitte mal in die Mitte. Dann vernehmen wir Sie hier als erste Zeugin. Und ich möchte Sie als allererstes belehren, dass Sie jetzt als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann würden Sie sich stark machen. Sie heißen Claudia Hertkont, 44 Jahre alt, Sie wohnen in Bochum. Sie sind geschieden, Floristin von Beruf, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Herr Hertkont, Sie wirken ein bisschen durcheinander. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, also für mich ist es super schwer. Schwierig habe ich es mir wirklich nicht vorgestellt. Aber ich muss mir nicht vorstellen, ich sehe hier den Mörder von meinem Sohn und er zeigt nicht mal Reue. Kommen wir doch mal zu diesem 2. September. Wann haben Sie das letzte Mal von Ihrem Sohn gehört oder ihn gesehen? Ja, es war so, er hat mich angerufen, das war so viertel vor zwei, das war gleich nach der Schule. Er hat mir gesagt, dass er noch zur alten Fabrik geht. Was wollte er da? Der wollte da fotografieren. Das war sein Hobby-Set. Meine Mutter ihm so eine Digitalkamera geschenkt hat. War das alles, worüber Sie gesprochen hatten? Nein, da gab es noch was Besonderes. Und zwar wurde an dem Taktil in der Schule ausgelacht. Das war wirklich was Besonderes, weil sonst war es immer genau andersrum. Hat er was von der Drogen erzählt? Nein, hat er nicht. Er hat erwähnt, dass er vom Angeklagten am Arm verletzt worden ist. Denn laut Aussage des Angeklagten sollte es ja nur eine viertel Stunde vorher gewesen sein. Nein, und wirklich, er hätte mir das sofort erzählt. Wir haben uns immer über alles unterhalten, er hätte mir alles gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass ihr Mandant lügt. Ich gehe fest davon aus, dass die Verletzung erst in der Fabrik letztlich dem Jonas zugefügt wurde. Und zwar kurz bevor Jonas dann letztlich gestürzt ist, abgestürzt ist. Aber ich war doch in diesem verdammten Tag nicht mal in dieser Fabrik. Fragen Sie doch meine Freunde, Vanessa. Das werden wir später schon noch tun. Was mich im Moment viel mehr interessiert, ist das Blut an diesem langarmigen Shirt, das Sie bei Ihrer Festnahme getragen haben. Nicht nur an Ihrem Butterfly-Messer wurde Jonas' Blut gefunden, sondern auch an diesem Ihrem Shirt. Haben Sie dafür eine Erklärung? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich die Klinge von meinem Messer dran abgewischt. Dann wäre allerdings an dieser Messerklinge weniger Blut, wenn Sie es abgewischt hätten. Das Blut wird vielmehr an den Ärmel rangekommen sein, als Sie sich über Jonas gebeugt haben. Als Sie nämlich nach dem Sturz reden wollten, ob er noch lebt, was mit ihm ist. Aber ich war doch nicht mal da. Frau Hartkorn, jetzt haben Sie vorher was gesagt, und zwar, dass der Angeklagte Ihren Sohn immer schikaniert habe. Wie hat sich das denn genau geäußert? Ja, ich war ja nicht wirklich selber dabei. Er hat mir nur immer erzählt, der Till, der würde ihn ständig mobben. Sie müssen sich vorstellen. Früher war es so. Da ist er wirklich super gern mit dem Sohn in die Schule gegangen. Er hatte ein paar Kilo zu viel drauf. Und das hat er immer als Anlass genommen. Der musste immer damit rechnen, dass Till ihn mit irgendwas bewirft. Oder seine Hausaufgaben kaputt macht. Oder irgendwelche Dinge zerreißt von ihm. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, wissen Sie, es hat ihm keiner geholfen. Die haben ja alle noch drüber gelacht. Hallo, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass Sie das alles gemacht haben, weil Jonas das selbst provoziert hat? Ich habe nichts gemacht. Natürlich hast du das getan. Warum hat mir ein Sohn sonst immer geweint? Ich war ja sogar schon bei deiner Mutter. Und wie hat die da reagiert? Die war völlig überfordert mit der Situation. Moment mal, das stimmt so nicht. Natürlich stimmt das. Wir haben wirklich alles mit Till versucht. Erst waren wir verständnisvoll. Das hat aber alles nur noch schlimmer gemacht. Und dann versuchten wir es, damit streng zu sein. Das war auch nichts. Und im Moment versuchen wir ihn zu ignorieren. Wie bei einem kleinen Kind, das auf Teufel komm raus versucht, mit seinen Aktionen Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sollten sich professionelle Hilfe holen für Ihren Sohn. Was reden Sie da? Was für Aktion? Übertreibt doch alle. Ich übertreibe bestimmt nicht. Mein Sohn ist tot. Frau Herdkorn, geht's? Ja, geht schon. Hat der Angeklagte Ihrem Sohn auch mal körperliche Gewalt angetan? Jonas kam in der vorigen Woche mit einem blauen Auge nach Hause aus der Schule. Frau Herdkorn, haben Sie sich eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, ob Ihr Sohn Ihnen nicht so einiges verschwiegen hat? Was soll er mir verschwiegen haben? Ja, zum Beispiel, was er tatsächlich an diesem Nachmittag bei der Fabrik wollte. Er war fotografieren. Ja, vielleicht war das aber auch nur ein Vorwand. Weil in Wahrheit wollte er vielleicht was viel Gefährlicheres tun und da wusste er, dass sie ihm das verbieten würde und deshalb hat er es ihm nicht erzählt. Was hätte ich ihm bitte verbieten sollen? Ich spreche von Jonas Höhenangst. Und ich bin mir sicher, dass Jonas an diesem Nachmittag extra zur Fabrik gegangen ist, auf das Dach geklettert ist, um dort zu balancieren, um seine Höhenangst zu überwinden. Niemals hätte er das getan. Und warum soll er das getan haben? Wegen eines Mädchens. Was für ein Mädchen? Ja, ich spreche von Luisa Bader. Die geht doch in seine Klasse, oder? Ja, die geht in seine Klasse. Ja. Waren die denn Jonas Freundinnen? Naja, seine Freundin war Luisa nicht, aber er hat zumindest sehr für sie geschwärmt. Und das war auch der Grund, warum er auf dem Dach der Fabrik balanciert ist. Sie müssen nämlich wissen, das größte Hobby von Luisa ist das Klettern. Und ein Mann mit Höhenangst, der hätte sie niemals beeindruckt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jonas hatte wirklich unwahrscheinliche Panik. Der konnte ja nicht mal auf Leitern steigen, geschweige denn von der Brücke runterschauen. Hat noch jemand Fragen an die Frau Hartmann? Keine, danke. Frau Hartmann, dann dürfen Sie wieder da drüben Platz nehmen. Danke, Sie bleiben unvereidigt. Vanessa Steffens, bitte. Frau Steffens, guten Tag, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Vanessa Steffens, 18 Jahre alt, wohnen in Bochum, ledig, Schülerin? Ja, ich gehe auf die Realschule direkt neben Tils Gymnasium. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit dem Angeklagten? Nee, aber ich bin seine Freundin. Ihr Freund soll ja dafür verantwortlich sein, dass sein Mitschüler, der Jonas Hartmann, am 2.09. zwölf Meter in die Tiefe gestürzt ist. Und zwar vom Dachner leer stehenden Fabrik. Ja, dass Jonas tot ist, das finde ich wirklich schlimm. Aber ich raff echt nicht, warum Till hier angeklagt hat. Ich meine, der hat ein Alibi für die Tatsache. Der war von zwei bis drei bei mir und dann ist er mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Genau so war es. Warum war er denn nur so kurz bei Ihnen? Wir haben uns gestritten. Till hat mir beim Essen wieder nicht aufgepasst. Mein T-Shirt voll versaut mit Tomatensauce und dann habe ich ihn halt angemault. Ja, und deswegen ist er dann um drei Uhr gefahren. Ich raff echt nicht, warum mir das hier keiner glaubt. Tja, vielleicht, weil Sie einen guten Grund haben zu lügen. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Sie Interesse haben, Ihre Beziehung zum Angeklagten künftig im Besucherraum des Gefängnisses fortzuführen, oder? Ja, und außerdem gibt es noch eine andere Zeugenaussage, nach der der Angeklagte um halb drei nur 500 Meter vom Tatort entstand gewesen ist. Aber die Zeugin soll doch Luisa sein, oder? Und ich meine, die hat voll den Hass auf Till. Können Sie uns auch erklären, warum? Ja, ganz einfach, weil Luisas jüngere Schwester, die Sarah, die ist letztes Jahr kurz vor Ende des Schuljahres nach Köln zu ihrem Vater gezogen und hat die Schule gewechselt. Naja, und Luisa macht Till jetzt dafür verantwortlich, obwohl er überhaupt nichts damit zu tun hat. Und wieso soll die Luisa Bader dem Angeklagten die Schuld dafür geben? Ja, Till hat ab und an mal ein paar Witze über Sarah gerissen und deswegen die Schule zu wechseln, ich weiß nicht. Jedenfalls, Luisa gibt Till dafür die Schuld und deswegen hat sie total den Hass auf ihn. Und genau aus dem Grund durften sie überhaupt nichts glauben, was die über Till erzählt. Also das dürfen sie getrost dem Gericht überlassen, wie wir was zu glauben haben. Ja, trotzdem, Till war am Nachmittag bei mir und das zur Tatzeit. Ich meine, die Tatzeit steht doch genau fest, das hat mir die Polizei noch erzählt, wegen Jonas Uhr. Da haben sie wohl recht, laut Gutachtender Spurensicherung und ging Jonas Uhr durch den Aufprall kaputt und blieb stehen. Die ist halbwegs zertrümmert worden, da ist sogar die Batterie rausgefallen. Die wurde neben seinem Arm gefunden und die Uhr ist eben um 14.28 Uhr stehen geblieben. Ja, und um 14.28 Uhr war Till bei mir. Ich meine, er hat mit dem Tod von Jonas überhaupt nichts zu tun und wenn jemand daran schuld ist, dann Jonas selbst. Wie meinst du denn das? Ja, Jonas hatte Liebeskummer. Wegen dieser Luisa? Ja, Sie wissen es also. Was? Ja, dass er in Luisa verliebt war. Weil er hat sich in den Sommerferien in Luisa verliebt. Ich meine, Till und ich, wir haben sie zusammen gesehen und Jonas' knallroten Kopf, der ist ja immer so hochrot angelaufen. Und die Luisa, war die auch verliebt? Nee, garantiert nicht. Ich meine, das hat ja bestimmt gerafft. Also, die hätten überhaupt nicht zusammengepasst. Und ja, Jonas war das sicherlich klar. Und so ist es dann passiert. Was heißt, so ist das dann passiert? Aus Liebeskummer? Vielleicht ist Jonas selbst, also, vielleicht ist er selber vom Dach gesprungen. Mein Sohn hätte niemals Selbstmord begangen. Jetzt kommen wir doch mal zurück zu den Fakten. Hat Ihnen Ihr Freund erzählt, dass er den Jonas Hartkorn am Tattag getroffen hat? Ja, kurz bevor er zu mir gekommen ist. Also, da hat er Jonas im Park getroffen. Und da ist Jonas ihm in sein Butterfly-Messer gelaufen. Aber ich meine, es ist ja so Jonas' eigene Schuld, wenn er da rein stolpert. Also, was mir die ganze Zeit auffällt, sowohl Ihr Freund als auch Sie betonen immer wieder, dass der Jonas selbst schuld war, wenn ihm was passiert ist. Ja, ich meine, Jonas hätte sich doch einfach mal wehren können. Aber das hat er nie getan. Noch Fragen an die Zeit. Keine Dankeschön. Sie unvereidigt nehmen, bitte mal hinten Platz. Luisa Badermann. Frau Badermann, nimm Sie mal bitte hier Platz. Frau Badermann, ich muss Sie zunächst mal belehren, dass er als Zeugin hier die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Luisa Badermann. 18 Jahre alt, Sie wohnen in Bochum. Sie sind ledig, Schülerin, Verwandt, Verschwägert sind Sie nicht mit dem Angeklagten. Sie wissen, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, den Jonas Hartkorn am 2. September mit einem Messer verletzt und so auf das 12 Meter hohe Dach in einer leerstehenden Fabrik getrieben zu haben, dass er von dort in den Tod gestürzt ist. Ja. Wie gut kannten Sie denn, Jonas? Wir waren zusammen in einer Klasse. Aber eigentlich haben wir uns erst in den Sommerferien näher kennengelernt. Wir haben auch festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander entfernt wurden. Nur fünf Minuten. Was heißt denn, näher kennengelernt? Naja, wir waren zusammen Eis essen und sowas. Er hat mich auch mal mitgenommen zu dieser Fabrik, weil er da Fotos machen wollte. Schwarz-Weiß und so. Wie war das am 2. September in der Schule? Das soll es ja irgendwie in der Mathe-Stunde einen Vorfall gegeben haben. Ja, genau. Till stand ziemlich dämlich da. Der war sogar zu blöd, das 6 einmal 1 aufzusagen. Hey, ich kann das 1 mal 1, okay? Ich hatte einfach keinen Bock auf sowas. Klar, in deinem Träumen vielleicht. Herr Schubert, Sie haben jetzt gerade mal Sendepause. Naja, jedenfalls hat dann Frau Vogt, unsere Lehrerin, den Jonas drangenommen und hat ihn gebeten, das 12 einmal 1 aufzusagen. Und er konnte das natürlich auch. Und dann hat sie zum Till gesagt, dass er sich mal ein Beispiel am Jonas nehmen soll. Und naja, ich glaube, das war schon ziemlich schlimm für ihn. Aber dann haben ihn auch noch alle ausgelacht. Und zwar echt alle. Eigentlich hat sich dann jemand eingemischt. Aber diesmal hatte Jonas gewonnen. Und Till stand damit der letzte Volltrottel. Und wie hat er darauf reagiert, der Angeklagte? Erstmal gar nicht. Hat so getan, als würde ihn das gar nicht stören. Aber dann nach der Stunde ist er zu Jonas hingegangen. Und hat gesagt, dass er ihn fertig machen will, wenn er ihn in die Finger kriegt. Und was hat Jonas darauf gemacht? Er hat versucht, cool zu bleiben. Aber ich habe ihn angesehen, dass er Angst hatte. Er hat Till dann demonstrativ ignoriert und hat mich gefragt, ob ich irgendwas gehört hätte. Und dass er überhaupt nichts hören würde. Das hat Till dann noch den Rest gegeben, wenn Sie mich fragen. Luise erzählt nur einen totalen Blödsinn. Es gab keine Drohungen. Und das, was in der Mathe schon passiert war, das war mir sowas unegal. War es dir nicht? Du wolltest dich rächen. Darum bist Jonas auch zur Fabrik gefordert. Bin ich nicht, bin ich nicht. Ich habe dich gesehen. Wann, wo haben Sie ihn denn genau gesehen? Das war ungefähr 50 Meter von der Fabrik entfernt. Er kam mit dem Fahrrad angeschossen. Und zwar genau aus der Straße, die auch zur Fabrik führt. Er hat mich fast umgefahren. Ich habe ihn aber dann noch hinterhergerufen. Aber er hat mich nicht mehr gehört. Oder hat es so getan. Und wie spät war es dann? Ca. 14.30 Uhr. Was belegt? Dankeschön, dass der Anklage zur Zeit am Tatort war, Herr Schubert. Sie hören gut zu, ne? Das ist doch gelogen. Till war bei mir. Doch, ich habe ihn gesehen. Luise, hör doch auf zu lügen. Frau Steffen, sind Sie doch bitte mal, ich stehe da hinten, ja. Wieso sind Sie eigentlich den Weg gefahren? Wollten Sie auch zu der Fabrik? Ich fahre jeden Mittwoch in der Fabrik vorbei, wenn ich zum Musikunterricht fahre. Die Fabrik liegt auf dem Weg zur Musikschule. Manchmal, manchmal habe ich auch Jonas dort getroffen. Aber diesmal? Diesmal. Diesmal haben Sie Jonas dort gefunden, richtig? Ich habe ihn schon von Weitem auf dem Boden liegen sehen. Erst dachte ich, er hätte vielleicht einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Aber dann bin ich näher ran und da war das Blut. Ich habe seinen Puls gefühlt, aber da war nichts. Ich habe so gehofft, der Notarzt würde ihn vielleicht wiederbeleben können. Aber der könnte leider auch nicht mehr helfen. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie jetzt noch weiter quälen muss. Aber ich muss natürlich den Obduktionsbericht verlesen. Er kommt an dieser Stelle zur Verlesung. Bei Jonas Hertkorn wurde eine 5 mm tiefe Stichwunde am linken Oberarm festgestellt. Außerdem diverse Frakturen der Extremitäten, das will ich mal nicht vertiefen. Vor allem aber eine Fraktur des ersten und zweiten Halswirbels. Das führte zu einer Ruptur des verlängerten Rückenmarks sowie zu einer völligen Durchtrennung der umliegenden Nerven und Blutgefäße. Durch die dadurch ausgelösten massiven Einblutungen kam es zum Schock, der zum sofortigen Tod durch Herz-Kreislauf-Versagen führte. Denn der Todeszeitpunkt konnte eingegrenzt werden auf den Zeitraum zwischen 14 und 15 Uhr. Ich verstehe gar nicht, warum Jonas überhaupt auf das Dach draufgegangen ist. Das ist leider ganz einfach. Jonas hatte Todesangst vor dem Angeklagten. Wenn Sie mal alle da zur Tafel schauen wollen. Wir haben ja sehr viele Spuren, vor allem auch Fußspuren feststellen können am Tatort. Hier zum Beispiel auf dem Dach des Fabrikgeländes. Das hat uns geholfen, die Tat sehr gut nachvollziehen, sehr gut rekonstruieren zu können. Es gab natürlich sehr, sehr viele Spuren dort auf dem Gelände. Aber die Spuren von Jonas und vom Angeklagten konnten zweifelsfrei zugehört werden. Genau, richtig. Und die Spuren deuten eben darauf hin, dass der Angeklagte seinen Opfer regelrecht mit dem Messer vor sich hergetrieben hat. Regelrecht vor sich hergetrieben hat, dann zugestochen hat. Deswegen hier die damals frischen Blutspuren am Tatort, die man hier auf dem Foto gut sehen kann. Ja, aber vielleicht hat er sich die Wunden nochmal aufgekratzt. Und deswegen liegt das Ganze gut klar. Vielleicht bringt gut, bringt aber uns nicht weiter. Das Spannende ist ja, am Eingang zum Fabrikhaus, zu dem Fabrikgebäude, am Eingang gar keine Blutspuren waren. Blutspuren waren mittendrin, mittendrin im Gebäude. Das heißt, davon bin ich überzeugt, sie haben erst in dem Gebäude zugestochen. Sie haben im Gebäude zugestochen, deswegen die Blutspuren hier. Und dann hat natürlich der Jonas richtig Angst bekommen. Der hat sowieso schon Angst. Sie haben ihn gedroht gehabt vorher. Sie haben dann zugestochen gehabt. Und dann ist er geflüchtet. Er ist geflüchtet letztlich auf das Dach dieses Fabrikgebäudes. Er ist da ausgerutscht, okay? Ich meine, es ist tragisch, aber ich habe nichts damit zu tun. Er ist am Ende ausgerutscht. Da haben Sie recht. Am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende, Herr Schubert. Wir sind überhaupt noch nicht am Ende. Er wollte eigentlich fliehen. Er wollte raus. Am liebsten natürlich nicht nach oben. Gab aber ein Problem. Schauen Sie mal hier. Das ist vielleicht schwer zu erkennen. Das wäre der Bereich gewesen, über den der Jonas hätte aus dem Gebäude rausrennen können. Aber diese Wischspuren hier, die kommen von Ihnen. Sie haben sich ihm in den Weg gestellt. Sie haben ihn nicht rausgelassen. Sie haben ihn den einzigen Fluchtweg versperrt. Andere Fluchtwege gab es nicht. Was hat er gemacht? Er ist dann nach oben gerannt. Nach oben aufs Dach in dieser Todesangst, die er hatte. Höhenangst war ihm in dem Moment egal. Solche Angst hatte er vor Ihnen. Sie sind hinterhergelaufen. Sie sind hinterhergelaufen. Jetzt kommen die Spuren auf dem Dach ins Spiel. Schauen Sie mal. Das ist die Dachkante. Und hier haben wir Spuren, die sich rückwärts auf das Dach, auf dieses Dachende hier zu bewegen. Schauen Sie mal. Das sind die Spuren, die ich meine. Das sind die Spuren von Jonas. Das sind die Fußspuren von Jonas, der rückwärts Richtung Dachkante gegangen ist. Was hat ihn dazu gebracht, sich langsam trotz Höhenangst zur Dachkante zu bewegen? Sie haben ihn dazu gebracht. Schauen Sie mal, Ihre Fußspuren. Das sind Ihre Spuren hier. Das sind Ihre Spuren, Herr Schubert. Sie haben sich auf das Opfer zubewegt. Haben ihn dazu gebracht, dass er immer mehr zur Dachkante gekommen ist. Und dann ist er dort letztens ins Rutschen gekommen. Schauen Sie mal hier. Hier haben wir nochmal eine Nahaufnahme von dem ganzen Rutschspuren. Er kam ins Rutschen und ist dann zu Fall gekommen. Und zu Fall kommen, klingt so harmlos. Er ist in die Tiefe gefallen. Zwölf Meter in die Tiefe gefallen. Und auf diese Weise, auf tragische Weise zu Tode gekommen. Ihretwegen, Herr Schubert. Herr Staatsanwalt, Sie reimen sich doch da eine Geschichte zusammen anhand von Spuren, die nichts miteinander zu tun haben. Naja, man hat in der Fabrik auch den Rucksack von Jonas Hartkorn gefunden. Und zwar nur zwei Meter von der Stelle entfernt, wo der Herr Staatsanwalt gerade diese ersten Blutstropfen in der Fabrik angesprochen hat. Und auf den Tatortfotos hier sieht man, dass der Rucksack ausgeleert war. Der Grund dafür könnte natürlich eine Auseinandersetzung gewesen sein. Ja, aber genauso gut kann man vom Gegenteil ausgehen, dass er nämlich nur was in seinem Rucksack gesucht hat. Weil gegen eine Auseinandersetzung spricht, dass nichts gestohlen worden ist. Handy, Kamera, Geldbörse, alles war noch vorhanden. Das lag nur ein bisschen verteilt nebenbei, aber spricht er nicht gerade für einen Überfall oder eine Auseinandersetzung. Vielleicht war es doch ein Streit. Vielleicht hat Jonas zum ersten Mal versucht, sich gegen Till zu wehren. Und vielleicht ist ihm dabei der Rucksack auf den Boden gefallen. Ich war jedenfalls an dem Tag nicht in dieser verdammten Fabrik. Doch. Du warst da. Nein, Till war bei mir, Luisa. Nein. Frau Bader, Sie sind doch sowieso nicht gut, auf meinen Mandanten zu sprechen. Seien Sie doch mal ehrlich. Wie meinen Sie das? Sie machen doch meinen Mandanten dafür verantwortlich, dass Ihre kleine Schwester Sarah nicht mehr bei Ihnen und Ihrer Mutter lebt, sondern bei Ihrem Vater in Köln, richtig? Das ist ja auch so. Ja, und ist das der Grund, warum Sie heute meinen Mandanten hier extra belasten? Ich darf Sie erinnern, Sie stehen hier unter Wahrheitspflicht. Ich weiß. Und ich sage die Wahrheit. Wie war denn das genau mit Ihrer Schwester? Bevor Till angefangen hat, Jonas fertig zu machen, hat er sich meine kleine Schwester als Opfer ausgesucht. Sarah war halt ein bisschen pummelig und musste eine dicke Brille tragen. Da war sie natürlich das gefundene Fressen für Till. Er hat so Sprüche abgelassen wie, dein Gürtel ist so groß wie der Äquator. Deine Schwester versteht einfach nur keinen Spaß. Pass mal auf, das war kein Spaß. Sarah hat sich dein Gelaber so zu Herzen genommen, dass sie die Schule wechseln wollte. Und dann wollte sie ganz weg. Und jetzt wohnt sie in Köln. Jetzt sieh doch endlich mal ein, dass du missgebaut hast. Mich würde mal was ganz anderes interessieren. Haben Sie eigentlich gewusst, dass der Jonas Hartcon in Sie verliebt war? So hattest du mindestens die Vanessa Steffens behauptet. Naja, gewusst habe ich es nicht. Aber geahnt habe ich es schon. Naja, er ist immer knallrot angelaufen, wenn wir uns mal zufällig berührt haben. Und hat mir Komplimente gemacht. Eigentlich ganz süß, aber verliebt war ich nicht. Ich fand ihn einfach total nett. Darum wollte ich ja auch, dass er mit mir zum Klettern kommt. Jonas hat aber unter Höhenangst gelitten. Wussten Sie das? Nein, das habe ich erst erfahren, als er schon tot war. Hat noch jemand Fragen an den Verband? Keine, danke schön. Danke schön, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Eva Vogt, bitte.